da ist ja auch was kaputt also echt okay das wird also noch eine umfangreichere aktion das will ich jetzt nicht machen ich will jetzt die botke bauen also gut merken wir uns wir müssen da noch was machen jetzt muss ich da hoch nein ich erzähle so wie wird die falsche taste erwischt also hier da fehlt noch einer ja falsche taste eben so und da wollte ich die stufen bei die treppen die ich jetzt also holzt hat man das ja okay gut dann muss ja noch mal hoch das passt jetzt überhaupt nicht dass die bäume da so kaputt sind komm jetzt jetzt habe ich da noch sechs von diesen dingern da die basteln wäre eben noch hin da und da ist der wieder heil und der ist wieder heil jetzt mal bestandsaufnahme machen welcher ist der noch kaputt ich glaube das war es irgendwie moment ich kann ja mal da ein bisschen erde weg nehmen dass das wieder ein bisschen schöner aussieht hier und wieder erden pflanzen raus hier so da dabei da da war noch einer genau der kaputt war habe ich jetzt noch holz mit ja ein bisschen was der steht ja kaum noch so und so dann hat er zumindest das hier wieder ja das habe ich nur noch einen das nutzt leider nichts ach komm ich will jetzt nicht so jetzt mache ich doch die bäume wieder heil was ich eigentlich gar nicht wollte jetzt also das schon aber nicht jetzt mensch überall unter gestört in der arbeit ja da also thema habe ich jetzt gar nicht da komme ich jetzt auch gar nicht dazu tut mir leid zehn minuten aber noch für diese aufnahme also gut ja spinne ich höre dich ja die ist da oben irgendwo also keine sorgen so also wie geht es jetzt weiter hier ich habe noch ein bisschen erde die ich da hinklatschen kann da und da ich habe noch ein bisschen erde die ich da hinklatschen kann da und da so das war's ach da ist noch roda da und da muss noch er werden aber ich habe zum glück noch holz so das reicht und das habe ich aber keine erde mehr dann nehme ich ja noch nein ich nehme die erde von da weg wollte ich sagen und packe sie total daneben nehme ich mal hier so und dahin okay kann er das weg so wie sie sitzt aus hier und da stelle ich weiter ein endermann zugange sind jetzt alle bäume wieder heile ja sieht so aus der wald der soll ja heil bleiben der soll ja nicht weg da ist unser laubweg drauf von ist ein zombie okay das sieht jetzt alles wieder gut aus also falls ihr was seht dann schreibt es in die kommentare aber ich glaube das ist alles ganz gut hier so und was hat das sandstein was ist denn da jetzt hier okay die achse ist kaputt und das schwert geht auch bald kaputt aber ich habe eine neue äxte da gut ist aber wieder ein bisschen holz es ist auch schon dunkel jetzt wir brauchen noch stein treppen oder treppen ja treppen gucken wir mal nach da ist noch kies immer gut aber wir müssen so gleich ins bett gehen also jetzt kommen erst mal was wir da vorne noch haben an material die kiste kann ich auch mal versetzen ja da ist noch ein bisschen was das wird aber nicht genügen aber das ist ja auch egal denn da ist auch noch was ja wir können uns ja einfach was machen einfach mal so so und so das geht auf jeden fall so jetzt ab ins bett na komm und morgen ist weiter mit der brücke die muss jetzt über nacht einfach noch so halten na komm rein ins bett so aus hier hat dass das bietet sich an hier ja so ja und dafür natürlich noch was okay also erstmal hier steht genau auf ecke da moment wo ist jetzt wo ist jetzt das ganze mal wieder weg hier ich brauche doch wieder erde und erde die musik abbauen wo nehme ich die das hier einfach mal hier ok ist stimmt davon habe ich nicht einmal eingebaut weil die steine gebraucht hat und da ist auch kies ach so das ist das geht nicht so da muss ich wieder erde hinpacken so jetzt brauche ich aber erstmal erde da vorne dass ich da wieder hochkomme das wäre ja vielleicht sinnvoller gewesen erst diese stufen erst die 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 säule hier zu machen so und jetzt muss ich darüber balancieren ja das hat geklappt gut und dann kann ich das wieder abbauen und das ganze von der anderen seite machen so müsste ja von hier irgendwie einfach mal da hin ich höre da schon wieder was so zombie und so nee das war verkehrt da komme ich gut hin weg hier so der hier soll weg dann mache ich den als auch noch mal weg und jetzt wieder balancieren sehr gut so will ich das haben ok da ist was runter gefallen irgendwie dachte ich jedenfalls wohl doch nicht ok jetzt kommt uns das mal von der seite an wie das hier aussieht wo wir das dann hinsetzen ja irgendwie da vorne irgendwie das baumann ist das hoch ja da brauchen wir jetzt viel bruchstein aber das macht nichts wir haben ja wir müssen es so die richtung also moment mal vielleicht finde ich da irgendwas ach doch hier genau da wo diese 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 auffällige dings da ist genau das ist das erde oder so genau da soll das dann hin und das müssen wir nur die richtung von da wissen das laub hier kommt dann auch weg moment so genau da wo ich jetzt stehe das ist rechts also dann schwimmen wir mal dahin so ist es das hier ja zurück so ja 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 ist ja gut ach so ja ich will meine tasten wieder so das geht da nicht dann muss ich das so machen und der hier soll weg dafür kommt dann daneben was hin okay wieder hoch da muss ich auch hochkommen okay da aber noch nicht da kommt raus hier ja das sieht gut aus so höher geht nicht aber ja ich muss sowieso noch mal eine erdtreppe dann bauen oder erddingsbombs irgendwie um dahin zu kommen okay das war's da kann ich noch was machen und da ja doch ich habe ja ich habe die schifftaste gedrückt ich wollte nur irgendwie dahin okay ja wie war ich das jetzt so und so ja das hat geklappt das aber nicht okay dann war ich mir da einen erddingsbombs hin lassen wir mal unter wasser so erde haben wir hier das kann weg ähm da ähm so ne komm ne da muss ich erst wieder weg gehen und dann drauf äh drauf so ach da fehlt sogar noch was oder ja so wieder balancieren dahin ne das kriege ich so nicht also wieder weg und dann kann ich die erde hier abbauen ja wir kriegen das schon hin das wird schon so und ich muss erst mal ein bisschen raus gehen ans land und ein bisschen luft holen äh äh ist das also echt so ja von der seite sieht das schon mal gut aus und da ja das da fehlt es natürlich noch okay dann muss ich da mhm mit erde dann mal sehen ob ich da ach doch ich weiß schon wie ich es mache ne ne zurück oh da da liegt ja der treppe so äh moment nein erde auswählen so na zurück nein das war zu viel äh macht nix ok und jetzt hier drauf ach ja ich darf nicht über die tastenkombination nachdenken sonst wird das ja nie was da ist schon was dran oh ich sehe gerade wir müssen mal wieder schluss machen ok jetzt haben wir auch das hier wieder balanceakt ähm ne ne da komme ich so nicht hin dann muss ich da nochmal wieder mit erde ich habe keine erde mehr ja ok dann dann nehme ich eben Bruchstein kann ich ja auch wieder abbauen ähm moment hier wieder so weiter ach komm so das sollte jetzt aber gehen nein äh echte nach ich glaube ich brauche eine pause ja ich kriege ja gleich eine ähm das hier mache ich aber noch fertig ja ok das passt jetzt mal auf der anderen seite noch so 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 ach da fehlt nur noch einer gut den hätten wir auch puh und jetzt abbauen und dann einsammeln und dann ist Schluss mit dieser aufnahme es kommt ja noch eine heute ok so das da das da ja ein bisschen überziehen ok das machen wir ja immer und das weg puh ja jetzt war aber wirklich erst eine Verschnaufpause aber ja ich muss ja noch die Bildchen machen und schneiden und so weiter ach ich wollte noch was essen genau haben wir alles eingesammelt ja das sieht so aus ok dann mal raus hier so sehen wir uns das mal an hier das sieht gut aus ja so habe ich mir das vorgestellt ist jetzt nichts besonderes aber ist in Ordnung so jetzt will ich noch Zäune einpacken dass wir das nächste mal gleich loslegen können da sind aber keine aber wir haben aber hey da ist noch Holz da ja Moment ich will aber jetzt Zäune aus Eichenholz richtig ja dann ah ne Moment Zäune da brauchen wir auch Eichenholz aber wir brauchen auch Stöckchen ok das machen wir dann aber beim nächsten Mal jetzt ist erstmal Schluss und genau richtig jetzt ist erstmal Schluss und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme die für mich ja bald sein wird für euch ist das dann erst wieder in einem Tag aber bis dahin also auf jeden Fall viel Vergnügen viel Spaß auch noch und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss